Am gestrigen Mittwoch kam es, nein, am Mittwoch, diese Woche, also vorgestern war ja Mittwoch, da haben wir das aktuelle Beachbook bekommen, das heißt, da wurde offengelegt der aktuelle US-Konjunkturbericht. Wir sehen hier auch schon in der Überschrift, die US-Konjunktur ist weiter solide und was sich hier an dieser Stelle natürlich fragt oder zu Fragen in die Köpfe kommen kann, ist, was macht denn jetzt die FED? Die kann ja darauf reagieren, auf den Wirtschaftsbericht und die Frage ist die, billige Zinsen sind ja immer gut für den Aktienmarkt, wenn jetzt die Zinsen nicht reduzieren, könnte das schlecht für den Aktienmarkt sein, also es ist weiter ein Hin und Her. Die FED ist eigentlich in einer sehr soliden Situation an dieser Stelle, weil sie hat noch genügend Pulver, um einer deutlichen Konjunkturabkühlung durch Zinssenkung zu helfen. Also da ist noch viel, viel da und bevor hier große Spekulationen auch aufkommen, die Meinung kann sich jeder selber bilden, sei auch gesagt, es ist halt einfach gut zu wissen, was die Märkte machen, das heißt die Charts vernünftig zu traden, die Charts auch so ein bisschen dazu zu benutzen, die fundamentalen Daten auch mit einzuordnen und einfach zu schauen, was die Marktteilnehmer an dieser Stelle machen und das Ganze sehen wir mit den Wirtschaftsdaten auch verknüpft und das ist das, was wir jetzt an dieser Stelle uns einfach auch mal noch mit anschauen. Zuvor der Risikohinweis, der ist an dieser Stelle wichtig zu nennen, in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit schauen wir mal in das Biespuk hinein für alle diejenigen, die hier zum ersten Mal auch mit zuschauen. Kurz der Überblick, was das Biespuk ist. Das ist ein Konjunkturbericht oder der Konjunkturbericht in den USA. Er wurde 1970 ins Leben gerufen und fast die aktuelle wirtschaftliche Lage aus zwölf Verwaltungsbezirken in den USA zusammen befragt werden. Hier Banken und Branchenexperten, Unternehmenslenker sowie Ökonomen. Das Ganze lässt Aussagen über ökonomische Trends zu und das ist das, wo die FED wichtige Informationen herausrührt. Das heißt, das ist ja ein Bericht, der die Zukunft deuten kann, beziehungsweise Aussagen über wahrscheinliche Entwicklung der Zukunft mit in den Fokus rückt und das zeigt uns hier. Das heißt, hier sehen wir mögliche zukünftige Herausforderungen, positive Ergebnisse untermauern die Wirtschaft. Das heißt, das kann den US-Dollar beispielsweise stützen oder auch den Dow oder die US-Indizes in generellen weiter nach oben laufen lassen. Negative Aussagen hingegen, die dämmen die wirtschaftlichen Entwicklungen, ein und das ist halt etwas, was den Dollar auch schwächen könnte, was negativ für die wirtschaftliche Entwicklung im Allgemeinen ist und was dann der FED auch eine Aussage dazu gibt, ob sie möglicherweise mit Zinssenkung oder anderen geldpolitischen Maßnahmen hier die Wirtschaft stützen können. Das heißt, der Offenmarktausschuss, das FOMC, nutzt diese Ergebnisse dann für den Entscheid bei zum Beispiel den kurzfristigen Zinsen. Wer sich das Ganze mal anschauen möchte, kann das natürlich immer tun. Die Federal Reserve, also hier auf dieser Website veröffentlicht das im Board of Governors of the Federal Reserve System. Das kann sich wirklich jeder anschauen. Das Ganze wird achtmal pro Jahr veröffentlicht und zwar immer 14 Tage vor dem nächsten FOMC Meeting. Das heißt, wir haben jetzt hier auch in zwei Wochen auf dem Kalender wieder die FED-Sitzung stehen. Also das Ganze hier und für diejenigen, die das Ganze auch selbst sich mal betrachten wollen, poste ich den Link gleich nochmal mit. Kurzen Augenblick, ich kopiere das mal. Das heißt, ich packe den mal kurz in die Chats mit hinein hier auf GoToWebinar beziehungsweise auch gleich im, so, da ist er auf Facebook. So, da haben wir auch den. Also hier mal die Internetadresse dazu und wir schauen jetzt einfach mal rein, was die aktuellen Zahlen hier an dieser Stelle sagen. Das heißt, wir blicken zuerst wieder auf die gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten und hier ist auch ein schönes Bild zu sehen. Das heißt, das Wirtschaftswachstum ist weiter fortgeschritten. Das Ganze in einem mäßigen Tempo. Das heißt, dieses Wort mäßig oder wie man es in dem Englischen liest, modest, ist weiterhin vorhanden. Da gab es keine Änderungen an dieser Stelle. Der kurzfristige Ausblick ist wieder oder weiterhin mit Optimismus hinterlegt. Das Einzige, was wir hier weiter auf der Uhr haben müssen, ist die Sorge um Zölle und den Handelsstreit mit den USA und China ist weiterhin vorhanden. Das heißt, solange dieses Thema des Handelsstreits auch im Markt existiert, wird das die US, sag ich mal, Wirtschaft weiterhin lancieren und wenn es dort negativen Impact gibt sollte, könnte das halt irgendwann negative Auswirkungen, deutlich negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben. Ansonsten ist hier der Optimismus vorhanden. Das heißt, man geht auch davon aus, dass man sich irgendwie in diesem Handelsstreit irgendwann schon einig wird. Das hier aus dieser Seite schauen wir auf die Konsumentenausgaben. Das ist ja ein wichtiger Faktor in den USA. Hier gibt es ein gemischtes Bild zum Thema Autoverkäufe. Hier kann man sehen, die wuchsen, aber hier steht es drin nur in geringem Tempo. Das heißt, hier haben wir so leichte Bremsspuren da. Das muss jetzt nichts Negatives sein, aber es ist etwas, das kam aus diesem Bericht heraus. Tourismusausgaben, die sind weiterhin solide. Wir haben Urlaubszeit in den USA und das ist natürlich immer schön und gut zu sehen, wenn wir hier an dieser Stelle dort die Ausgaben weiter schön am Laufen haben. Was im letzten Monat ein bisschen geschwächelt hat, war der Transportsektor. Hier begründet mit der nachlassenden Weltnachfrage und den anhaltenden Handelsspannungen. Da sehen wir mal wieder das Thema Handelskonflikte auf unserer Welt. Das ist schon etwas, was die US-Wirtschaft mittlerweile auch tangiert. Hausverkäufe sind weiter beständig. Wohnungsbau ist gleichbleibend. Gewerbe, Immobilienbau und Verkauf ebenfalls stabil. Einen leichten Anstieg gab es hier beim Leasing. Das ist etwas besser gewachsen als zuvor. Schauen wir weiter auf gesamtwirtschaftliche Aktivitäten. Hier nochmal zum Thema Produktionswachstum. Das Wachstum an sich ist weiter vorhanden, aber ganz leicht rückläufig. Agrarsektor ist weiterhin schwach. Wir haben hier ungünstiges Wetter, niedrige Rohstoffpreise und die Unsicherheiten im Handel als Belastungsfaktoren für diesen Sektor. Einen leichten Zuwachs gab es beim Kreditvolumen in einigen Bezirken. Das ist positiv zu sehen, weil die Banken in den USA teils relativ risikoavers in letzter Zeit geworden sind. Und wenn wir hier das Volumen bei den Krediten wieder am Wachsen haben, ist das doch eher ein positives Zeichen. Weiter geht es mit dem Thema Arbeitsmarkt und Löhne. Stabiler Arbeitsmarkt ist wichtig für die Wirtschaft und gute Löhne, steigende Löhne sind gut für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die geben dann nämlich zum Teil auch mehr Geld mit aus. Das heißt hier mit Blick auf die Beschäftigungen, die sind im geringen Tempo auch weiter angestiegen. Also hier in dem Fach begriffen. Also wieder modest. Das Ganze keine Veränderung zu den Vormonaten. Das verarbeitende Gewerbe blieb in diesem Monat allerdings unverändert. Da gab es kein Wachstum. Und was wir mittlerweile hier auch weiter sehen ist, dass wir Engpässe bei der Personalversorgung haben und auch mit dem Qualifikationsniveau. Das heißt, es ist momentan wirklich eng und, ja sag ich mal, schwierig, das passende Personal in der Menge und auch mit den entsprechenden Qualifikationen zu finden. Das Thema Lohn, die Steigerung wächst weiter wie bisher. Wir haben hier allerdings zu sehen einen stärkeren Aufwärtsdruck bei den Gehältern für Berufseinsteiger und bei den Gehältern für Geringqualifizierte, genau genannt in diesem Moment in den Bereichen Technologie und Bauwesen. Höhere Aktivitäten sehen wir bei den Zusatzvergünstigungen oder Vergütungen. Da sehen wir, dass die Unternehmen versuchen, sich für die Arbeitnehmer interessant zu halten, interessant zu machen, um auch den Schwund an Arbeitnehmern, sag ich mal, die woanders hingehen, weil sie dort mehr verdienen, zurückzunehmen. Das heißt, wo sehen wir es hier? Verbesserte Betriebsleistungen, flexiblere Arbeitszeiten und Bonizahlungen. Das sind die Dinge, die im aktuellen Bericht genannt worden sind. Und dann schauen wir noch auf das Thema der Preisentwicklung. Das heißt, das Thema auch der Inflation. Da ist es ja so, dass die FED auch da immer ganz genau drauf schaut. Steigende Preise bedingt also irgendwo, dass man die Zinsen möglicherweise nach oben anpasst, wenn man einen gewissen Korridor verlässt. Deutlich fallende Preis. Das wäre wiederum ein Anzeichen für etwas schwächelnde Nachfrage. Da ist es dann immer gut, dass die Zinsen möglicherweise gesenkt werden. Und hier sehen wir bei den Preisen, dass die gegenüber dem Vormonat leicht angestiegen sind. Das heißt, das spricht eher weniger für eine Zinssenkung. Die Produktionskosten sind teils leicht angestiegen. Ja, also auch hier steigen die Preise, die Kurse. Teilweise kann das Ganze durch Preiserhöhungen an die Endkunden weitergegeben werden. Aber nicht überall. Das produzierende Gewerbe berichtet an dieser Stelle, dass man die Preise nur eingeschränkt an die Kunden weitergeben kann. Und dann hier wurde auch genannt, die Auswirkungen durch die Handelszölle. Also die spielen hier weiter eine große Rolle. Die sind teilweise unterschiedlich. Aber einige Bezirke erwarten für die nächsten Monate von dieser Seite kaum spürbare Belastungen für die eigene Wirtschaft. Das ist also an dieser Stelle auch positiv hervorzuheben. Und da stellt sich jetzt natürlich nun die Frage, was kann hier in Zukunft kommen? Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, auf die Märkte beziehen, beziehungsweise an Belastungsfaktoren, haben wir hier auch in diesem aktuellen Beachbook zwei Dinge wieder angesprochen bekommen. Das heißt, oder ein Ding angesprochen bekommen, und zwar ist das der Handelskonflikt. Und wir haben das Thema der Zinsen, was die Märkte ja lanciert und was den Donald Trump immer wieder dazu bringt, mal irgendwelche Sachen zu tweeten und über die Föderal Reserve zu meckern und sogar in Frage zu stellen, ob die FED nicht der schlimmere Feind für die Wirtschaft ist, als vielleicht der Handelskonflikt mit China. Ja, das lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Wichtig ist einfach, dass wir sehen, der Markt an sich geht davon aus, dass die FED es schon richten wird. Ja, wenn die Wirtschaft schwächelt, ist genug Pulver noch im Fass, um hier Zinssenkungen auch zu machen. Da ist genügend Potenzial auf der Unterseite für die Zinsen da, anders als bei uns in Europa. Das ist das eine. Zum anderen das Thema des Handelsstreits mit China. Da geht der Markt davon aus, es wird sich schon alles ins Positive ändern. Wir sehen es ja auch jetzt, die positiven Nachrichten zu China. Das heißt, jetzt geht es ja wieder an den Handelstisch zurück. Zumindest ist das das, was aktuell da ist. Diese Nachrichten sind gekommen und wir sehen es, wie positiv die Märkte darauf entsprechend reagieren. Also der Markt geht auch davon aus, das wird sich irgendwann in einer vernünftigen Art und Weise auch auflösen, weil China ist nicht daran interessiert, hier Ewigkeiten in Konflikten zu liegen. Das ist auch für die chinesische Wirtschaft nicht gut. USA ebenfalls irgendwann hat das Probleme für die eigene Wirtschaft, weil man muss einfach nochmal daran denken, wenn das kommt, was Donald Trump sich wünscht, dass die Unternehmer aus China zurückgehen und in den USA die Produktionsstätten wieder aufbauen. Das ist nicht wirklich förderlich für die kurzfristige Wirtschaft, weil wenn das passiert, müssen Dinge umstrukturiert werden. Es müssen neue Produktionsketten gebaut werden. Das kostet alles einen Haufen Geld. Das verunsichert natürlich die Unternehmer und von der Seite her könnte das dann negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben. Das muss man da im Hinterkopf mit haben. Das also hier zum aktuellen Blick in die US-Wirtschaft. Ich denke durchaus ein gutes Bild, was wir hier an dieser Stelle haben. Spannend wird es dann, was in 14 Tagen die FED daraus macht. An dieser Stelle danke für die Zeit im Webinar. Allen jetzt gute Trades, ein schönes entspanntes Wochenende und bis nächste Woche wieder morgens im Morning Briefing. Vorher gibt es natürlich immer auch den Blog und ich weiß, hier schauen ja auch immer mal wieder Leute rein über unseren YouTube-Kanal, die hier noch nicht dabei sind in den morgendlichen Besprechungen. Das heißt, wer sich das Ganze mal anschauen möchte, geht einfach mal auf die Website von Tickmill einfach rauf und geht hier auf den Blog einfach draufklicken. Da gibt es dann immer wieder die Handelsideen vor unserer Morgenbesprechung zum Lesen und dann das Ganze natürlich auch via GoToWebinar. Das heißt, hier in den Webinaren finden Sie den Link hier zu den täglich neuen Handelsideen. Einfach registrieren und dann auf GoToWebinar jeden Morgen hier auch dabei sein, beziehungsweise die Internet- bzw. Facebook-Seite von Tickmill Deutsch mit einem Like versehen und da auch nichts verpassen. Also an dieser Stelle danke für die Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.